Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi ihr Lieben, ihr fragt euch erstmal bestimmt, ui, warum flüstert ihr Alter denn nicht? Ganz einfach, ich wollte euch ganz kurz ein paar Kleinigkeiten erzählen, dann kommen wir zu einer kleinen Werbeunterbrechung, dann geht das ASMR-Video los. Ganz kurz wollte ich nur sagen, dass ich jetzt einen Zweikanal habe, ich weiß, ich habe es schon erwähnt, aber ich wollte es nochmal gerne erwähnen, wo nur Talkings-Videos stattfinden, wo ich nicht spreche und ich mich ganz auf die Tür konzentriere. Des Weiteren wollte ich euch sagen, dass ich eine ganz, ganz coole Überraschung für euch habe. Ich habe nämlich ein neues Mikrofon und das werde ich mit euch gemeinsam, ja, das nächste Mal zusammen ausprobieren. Also wir werden das zusammen hier, vielleicht sogar in einem Livestream, ich weiß noch nicht, bin mir nicht sicher. Ja, wir schauen einfach mal, was wir da machen. Ja, ich würde sagen, folgt mir gerne auf Instagram für guten Content, Leute, ihr wisst Bescheid. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem Video gleich. Aber jetzt kommen wir ganz kurz zu einer kleinen Werbeunterbrechung und dann geht's los. Bis gleich, ihr Lieben. So, ihr Lieben, vorher kommen wir jetzt noch einmal zu World Shadow Legends. Link zum Spiel oben in der Videobeschreibung. Warum es in Shadow Legends geht, zeige ich und erkläre ich euch jetzt. Das Spiel spielt in einer dunklen, fantastischen RPG-Welt. Dieses Spiel bietet einfach die besten Angriffsanimationen und die besten Umgebungseffekte, die es in dieser Genre überhaupt gibt. Mal zu meinem persönlichen Teil, was ich absolut genial an diesem Spiel finde, ist einfach die Grafik. Wie detailliert, man sieht das jetzt auch gerade hier, die Champions einfach einzeln sind, ist einfach unfassbar schön. Man sieht hier zum Beispiel auch gerade schon die verschiedenen Helden, die hier sind. Man kann natürlich die ganzen Helden upgraden, ausrüsten und verbessern. Es gibt natürlich auch verschiedene Sachen, wo ihr die Helden einsetzen könnt. Auf fetten Dungeons. Dann gibt es noch Fraktionskriege, Arena und Clan-Bosse. Das Kampfsystem ist halt so, jeder hat halt verschiedene Fähigkeiten. Die könnt ihr halt manuell oder automatisch spielen lassen. Oder ihr macht einfach Automatik in zweifacher Geschwindigkeit, wie euch es halt lieber ist. Ich zum Beispiel persönlich finde es cooler, wenn man halt gegen den Endbossen zum Beispiel halt das selber alles ein bisschen fliemelt. Aber das ist so ein Ding, was ich persönlich lieber mag. Wenn ihr zum Beispiel neue Helden braucht, könnt ihr einfach ins Portal gehen. Dort könnt ihr die verschiedenen Splitter öffnen. Dort gelangt ihr dann zu den verschiedenen Helden, die ihr dann bekommt. Sollten euch zum Beispiel die Helden nicht zusagen, könnt ihr diese einfach opfern, um eure Vorhandlein-Helben wieder abzugraden. Ihr könnt das Spiel nicht nur auf dem Handy spielen, sogar auf dem PC. Dies könnt ihr dort einfach herunterladen, kostenlos. Für alle neuen Spieler gibt es noch einmal 100.000 Silber und ein gratis Champion. Allerdings nur für die nächsten 30 Tage. So, Link oben in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Spiel. Wir sind jetzt wieder etwas leiser und legen mit dem Video weiter los. So, ihr Lieben. Jetzt bin ich auch wieder ruhig. Danke, dass ihr da seid und mich immer so unterstützt. Ich denke, ihr wisst, wie das gemeint ist. Ich habe jetzt hier vor meinem Gaming-Stuhl so ein samtiges Kissen. Und ich weiß, viele, viele von euch haben sich ein Warplay gewünscht. Ich habe auch ganz, ganz coole Gegenstände für ein Warplay bestellt. Und zwar für ein Kipp, Napping Warplay, eine Maske, Seile und, und, und. Aber einmal wollte ich ganz kurz vorab noch dieses Gaming-Video Part 2 machen. Ja, ihr Lieben. Ihr kennt das ja. Aber da wir viele Gamer unter uns haben, denke ich mal, und das andere Video ja sehr gut ankam, wird das kein Problem sein. Ich habe die letzten Wochen auch nicht so viele hochgeladen, weil ich mal eine Woche, ja, mich, auf mich konzentrieren wollte. Ich hoffe, ich habe euch gefehlt. Ihr seht, ich habe wieder sehr lange Haare, gehe regelmäßig ins Solarium. Ich weiß, man sieht das wieder dringlich nicht. Aber ich bin ziemlich braun geworden. Und sie zahlt wirklich gar nicht in die Pflicht. Und, ja, mach regelmäßig Sport. Und ich brauchte das einmal einfach für mich. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich freue mich aber auch riesig auf das neue Mikrofon. Riesig, um euch das zu zeigen. Ich bin selber mega gespannt. Das liegt hier vorne schon auf dem Boden. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich würde das gerne mit euch gemeinsam machen. Ich würde das gerne mit euch gemeinsam machen. Ich würde das gerne mit euch gemeinsam machen. Gucken wir mal, wen wir hier haben. Wer kennt ihn? Ihr wisst ja, ich habe so viele von diesen kleinen Figürchen. Das ist schon mal ein Mensch, wie viele ich habe. Ach ja, und ich habe neue Nägel. Die Liege extra für euch. Es ist auch gerade sehr seltsam still bei mir im Haus. Das kenne ich gar nicht. Das kenne ich gar nicht. Ich sehe aus wie hier. Warte. Ne. Ich bin vor allem. Warte. Ich habe gerade eben gehört, ich das da. Ich kann das nicht. Schade. Mich würde sehr mal interessieren, wer von euch noch Fortnite spielt. Ich spiele es zum Beispiel gar nicht mehr. Ich spiele momentan viel EFD. Escape from Tarkov. Escape from Tarkov. Die ist auch putzig, oder? Was sagt ihr? Ich streame auch ab und zu mal auf Twitch. Schaut auch gerne vorbei. Ich heiße dort nicht ASMR, sondern Janina ASMR. Ist aber auch unten verlinkt. Und was natürlich gar nicht fehlen darf. Ich scucke mich auf. Ich spiele es ohne die Welt. Ich spiele es um und zu wenig Zeit. Dann schalte ich sicher. Ich spiele es einem Jahr ab. auf der Mitte, Mitte, Mitte so Ups, jetzt geht meine Playstation an. Die sollte ich mal lieber schnell ausmachen. Ja, ihr Lieben, dies war ein kleines Awesome Review for Gamer. Nächstes Mal gibt es ein richtig intensives, geplantes Warplay mit den Sachen, die ich bestellt habe. Aber ich wollte das eben noch ganz kurz dazwischen schieben. Ja, ich hab euch lieb. Seid gespannt. Schaut auf meinem zweiten Kanal. Ich glaube, das Video kommt vielleicht auch heute online. Ich bin mir aber nicht sicher. Ein only... Oh, was heißt nochmal heute auf Englisch? Ja, ich hab... Lassen wir es sein. Bis dann, ihr Lieben. Schlaf gut.